die begrüßungen werden schon wieder immer besser ich habe doch so viel obsidian gehabt stimmt ein stack du hast den geklaut du warst es doch das ist jetzt der me controller das ist jetzt schlecht das ist das me drive stabil je und je das bauen wir mal hier hin das ist ja der easy snack dann geht das quasi diamant doch ich will das hier haben hier 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 diamant pickaxe dann brauche ich ein dreimal kurz das das ist jetzt schlecht nein mein feld sie sehen eventuell was ich gerade vorhabe da könnte ich sand herstellen oh ich habe vor jetzt meine quarry doch mit lava zu befeuern ich habe mich lang hin und her gerissen und bündern zum entschluss gekommen das einfach nur noch sinn macht lava ist die zukunft da können echt die politiker mal sich auch gedanken zu machen einfach kohlekraftwerke deutschland abschalten und lava aus dem nether pumpen und in diesem sinne mache ich das jetzt auch ah jetzt ist das ja hier schon bepowert weg damit wait muss ich bei dem ender tank irgendwas beachten beim craften oder stellt man das nachher ein welche frequenz oder wie oder was oder ist das auch user oder du hast da ja oben also warte wie machst du das mit welcher wie welche farbe hat deine wolle schwarz okay dann hast du du hast ja oben diese drei farb dinge und die sind dann dreifarbig oben dran mhm wenn du jetzt schwarz nimmst sind alle drei schwarz oben mhm bedeutet du wie hast du das gemacht ich habe mit weißer wolle das gemacht und der ganz links ist lila bei mir und wie macht man das ja indem du farbe nimmst und das dann am ende drauf klickst auf den jeweiligen von den dreien oder indem du das im craftingfeld machst den legst du in die mitte und an die oberen drei kannst du dann mit farbe paint du musst halt die beiden gleich haben und es dürfen nicht links lila und dann weiß weiß sein weil das ist meine ich würde mir halt links eine farbe setzen die dann für dich steht und dann kannst du dir immer noch die anderen beiden setzen wie du willst dann hast du genügend möglichkeiten okay vielen dank sehr freundlich klingt logisch das heißt ich crafte den jetzt einfach ganz normal und klick danach mit einer farbe drauf weil ja oder halt im craftingfeld scheißegal scheißegal okay okay jetzt fragst du mich auch jedes jahr ja aber ich benutze den ja nie aber ich fragte jetzt mal was ganz anderes okay ja aber wird der schlafen gehen in der scheiße ah ah ich liege die Mess Monsters nearby achso ja und jetzt kann ich schlafen gehen ah blöd ja aber Monsters nearby ich lauf runter zu meinen Hühnern wait the what fuck ich hab die ja wirklich wieder angemacht ah oh das ist jetzt schlecht ähm was nix kein stress du das so sagst klingt das für mich wie schlecht nein das wird nicht reichen oder ah doch easy so dann brauche ich für ein crafting terminal den calculation processor und einen crafting table den haben wir hier ah ne ich brauche erst ein ME terminal formation core ein fluix dust ein logic und ein certus okay ein fluix dust eine logic äh äh annihilation core brauche ich eigentlich äh 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 fuck ich hab keine wolle mehr ach doch das ne das ist obsidian oh wolle das ist jetzt schlecht dass der creeper damals meine schafe alle ermordet hat die oak saplings verbrenne ich jetzt mal ähm das ist doch wolle in der tank da brauche ich ja nochmal so einen für das ist jetzt wirklich miserabel ähm ich glaube dass du da weiße wolle brauchst dass das nodig ist ne ich meine ich konnte das mit schwarzer machen aber du kannst sonst hol dir weiße werde ich jetzt auch tun oder ich alles du du Ich will wieder Schafe haben. Musste ich nicht immer suchen. Das ist schon geschoren. Das ist jetzt blöd. Du warst es. Das ist noch... Das sieht noch fresher denn je aus. Yes. Drei Wolle. Perfekt. Das, das in der Mitte und die dann außen rum. Das so. So. So und so. Easy. Haben wir nicht noch irgendwo... Oh no. Was? Ich hasse es. Egal. Egal. Kriegen wir hin. Kein Problem. Ich muss mal eben hier... Ich verbrenne einfach den Rubber. Den brauche ich gerade nicht. Egal. Wird jetzt da mitgemacht. Ich verbrenne den Rubber. Schnupfe die Asche wie Koks. Was? Ich habe ja noch Lava hier. Die könnte man auch mal verbrennen. Bam. So. Äh. Number. Schnupfe die Lava wie Koks. Habe ich nicht noch zwei Enderbären gehabt? Ich habe noch eine hier. Okay. Der Tank. Der Tank. Stabil. Stabiler Plan, Digga. So. Brauche ich. Ich brauche... Redstone. Scheiß. Das, das, das. Okay. Verdammt. 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 Ah. Perfekt. Oh. Der Retter in der Not. Das ist jetzt wirklich belastend. Aber ich habe keinen Redstone mehr. Ich habe keinen Strom mehr. Ich gehe jetzt auf eine Redstone fahren. Hör mal. Oh, das mache ich als nächstes. Mit einem XP-Speicher. Da sehe ich mich. Jetzt fahre mich quick. Redstone. Dann mache ich das ME-System. Dann hole ich mir eine stabile Energiequelle. Ich das alles habe. Stabile Energiequelle ist der Loser. Eine instabile holen. Ja. Was bringt mir das? Einfach mal Nein sagen. Just say no. Das bringt mir gar nichts. The Sports Train. The Sports. Da haben wir doch ein wenig Redstone. Ich habe noch sehr traurige Nachrichten zu verkünden. Okay. The Sports Dog has died last night. Who can save her? Ich habe das Fenster auf und ich sollte das nicht so laut. Jetzt denken die Leute so. Nein, der Verrückte schon wieder. Ja, der Verrückte schon wieder. The weird sports neighbor. Hier kommt ein Kohle rein. Und da kommt eine Kohle rein. Und jetzt löpft der Lachs bitte wieder. Ja, komm. Ich will das als Telefon, als Klingelton haben. Ja, komm. Aber nicht, wenn das Telefon klingelt, sondern erst am Ende, wenn du immer noch nicht rangegangen bist. Das klingelt normal und so beim fünften Mal durchklingeln. Na, komm. Sag mal, was sackt denn hier so viel Strom weg? Ja, der ME-Controller. Das ME-System ist so ungefähr das stromfressendste Ding, was ich kenne. Ich musste meinen Ofen ausmachen, jetzt geht's wieder. Wait, das ist nicht hier drin. Wir müssten eigentlich dieses Jahr weniger Strom verbrauchen, um ein Zeichen zu setzen, dass man nicht mit Energie so verschwenden sollte momentan. Ich verschwende Energie überhaupt nicht. Ich mach nämlich mein ME-System aus, wenn ich gehe. Ich nicht. Ja. Fluid. Condu. Condu-it. Alter, meine Maus macht immer Doppelklicks. Ah, das Glas kann nicht schisseln. Perfekt. Glas. Schisle. 419. Was geht denn da ab jetzt? Kleere Glas. Ich nicht mehr hab ein Quarzglas. Das ist der schlechte. Habe ich noch irgendwo. Da, Zertus Quarz. Och, Ehre, Digga. So. Dann. Dann mach ich dich doch... Mach ich mich doch einfach mal... Vom Acker. Vom Acker. Mach ich mich einfach mal vom Acker jetzt. Das stimmt. Mach den Ofen wieder an. Das ME-System aus. Schmeiß hier nochmal ein bisschen Kohle nach. Weg. Bam. Wie viel RF braucht denn so ein ME-System, um mal online zu sein? Der Controller suckt halt so viel. Wenn du den normales, normales ME, Energy Acceptor oder wie der heißt. Boah, keine Ahnung. Müsste man sich eigentlich mal angucken, wie viel der suckt. Häng ne... Ja doch, das ist wirklich so. Da ist der Bank dran und schau nach. Weil ich... Ich hab früher wirklich immer erst diesen Energy Acceptor gemacht, weil der Controller so un... unnormal viel verbraucht. Nö, eigentlich hat man den immer gemacht, weil der billiger war. Aber im Nachhinein war der eigentlich nie billiger. Der war nicht billiger, der ist halt teuer im... im Unterhalt. Oh ja. Ich hab keinen Certus-Quarz mehr. Das ist jetzt wirklich belastend. Wir nehmen einfach jetzt Neta-Quarz. Ich mach alles mit Neta-Quarz, weil das kriegt man leichter. Ha! Oh! Oh! Kurz... Wir testen. Wie jetzt? Ach so, da fehlt Eisen. Kann man aus diesen Mystical Flowers keine Farbe machen. Scheiße. Können wir mal schlafen gehen? 4K-Drives. Ihr könnt nicht schlafen gehen. Ich hab keine... Ich bin jetzt schlafen gegangen. Ich hab aber keinen... Warum nicht? I'm sorry. Ich hab den in ne Kiste geworfen. Oh! Junge! Dann geh zurück! Ich hab den in ne Kiste. So weit jetzt. Ich log mich kurz aus. Oh! ich werde mit dieser insel bald wegfahren hier die hier im weg steht mach es einfach doch mir diese insel und schiebe sie woanders bei meiner quarry warum das nicht gehen schafe ich zu wenig ein karl sagt das doch nicht raus dass ich raus ich habe das scharf geschlagen mit der schere das ist jetzt alles belastend ja wirklich alles einfach nur belastend das kann doch echt nicht wahr sein diese scheiß hexe kommt ihr nicht rein direkt die tür zu machen soll es glotze ich dir tief in deine hässlichen kackaugen da draußen deine komische ja guck lotz mich an schmeißt deinen trank aufs fenster mach es noch dreckig wo gehst du jetzt hin ich töd dich jetzt das sei chill doch mal die arme hexe ist tot jetzt wo ich stehen geblieben ach ja vier kz das sagt man nicht verfickt noch mal drei mal drei sind neun und danach scheiße ich wollte eine türe oder wie auch immer das lied gegen das egal wie man so liebe feuert weiß ich weiß nicht wovon du sprichst die lava dinge die benutzt du doch immer ich glaube die können nur zur seite raus strom schieben aber sonst das ist schlecht weil die nämlich das ist jetzt einfach beschissen hier ich probiere es einfach mal ich jetzt schon wieder auf ich habe das alles kalkuliert und dann habe ich mich verkalkuliert und deswegen geht das jetzt nicht dann hier und den letzten nee das geht so schon wieder nicht oh man jetzt mal hier die conduits das wird alles easy das läuft alles und wenn das richtig läuft das sieht man morgen in der nächsten folge technische säure acht bis dahin servus tschüss tschüss